Habt ihr nicht mehr ein klein bisschen Angst? Das macht Spaß! So viel Spaß! Ihr müsst trotzdem auf der Hut sein! Ich bin ein Geist! Die tierunartige Kinder! Ah! Geister! Die Geister! Seid ihr frittiert? Das darf doch nicht wahr sein! Reist euch bitte zusammen! Sie beim Namen zu nennen hat alles verraten! Nächtergeist! Nächtergeist! Hä? Was passiert da? Ja und dann wird Chappet Irrlicht einsetzen, Tracy! Gut, dann werde ich das aufsetzen! Chappet! 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 Oh nein! Hey! Mann, was ist denn hier auf einmal los? Das macht doch überhaupt keinen Sinn! Ergibt keinen Sinn! Ergibt keinen Sinn! Ist das da ein Geist? Wahnsinn! Wahnsinn! Hey Ash! Was ist hier los? Weiß nicht! So ein Mist! Was ist passiert? Das ist ein Geist! Das ist ein Geist! Das ist ein Geist! Das ist ein Geist! Kann das denn sein? Jetzt schnell Gesichte! Los, Chappet! Chappet? Chappet! 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 Ich hab's geahnt! So viele Pokémon vom Typ Geist! Die haben also hinter all dem gesteckt! Ich bin echt erstaunt, dass du darauf gekommen bist! Ja, aber nur weil das schon mal passiert ist! Ich glaube, das hat damit zu tun, dass Mimilein vom Typ Geist ist! Gelegentlich kommt es vor, dass andere Pokémon vom Typ Geist sich um es schauen! Muuu! Geist! Geist! Wartet! Spielt mit uns Geister! Alhoio! Ah, das kitzelt! Goni! Komm, wir spielen! Oh, es ist weg! Wo ist es denn nur hin? Chaga! Ja! Ich bin neidisch! Sie scheinen viel Spaß zu haben! Ja, es sieht ganz so aus! Aber ich wünschte, sie wären etwas vorsichtiger! Warum denn? Ich habe gehört, dass wenn Pokémon vom Typ Geist jemanden wirklich mögen, sie denjenigen mitnehmen und sie nicht mehr zurückkommen! Was? Im Ernst? Nicht mehr zurückkommen? Das klingt nicht so gut! Ich finde, wir sollten jetzt lieber Schluss machen! Eine sehr gute Idee! Hanna! Zoe! Kommt! Es ist spät! Wir gehen nach Hause! Sie haben dich nicht gehört! Hey! Ihr zwei! Lohn-Magier! Magier-Magier! Oh! Ein cooler neuer Ort! Cooler als cool! Wo sind wir denn? Wir sind doch eben noch in der Pokémon-Schule gewesen. Ich habe so etwas bis jetzt noch nie erlebt. Oh, Mögi. Das ist so windig und stürmisch. Seht doch mal da. Nehmen Sie sie etwa mit. Nein, wartet. Pumken, Pumken, Pumken. Moment mal, sind das... Pumken, aber Pumken kommt gar nicht aus der Alola-Region. Hanna, so hinein. Pumken, Pumken.